Jo, so ist heute willkommen zurück zu FIFA 17 Karrieremodus mit der Eintracht aus Frankfurt und mir den Winners und wir gehen heute in den DFB-Pokal gegen den VfL Bochum auswärts, das ist eine schwere Aufgabe, aber ja, ist machbar an sich, gut, dass wir kein Erstligisten bekommen haben, ist natürlich auch super und wir gucken mal eben ganz kurz in die laufende Runde gerade rein und wir sehen da schon so zwei Überraschungen, die mir so herausstechen und zwar Darmstadt gewinnt gegen Augsburg 1-0 und die zweite Überraschung ist, dass die Hertha 2-1 gegen Braunschweig verliert, sprich, Braunschweig hätte in der Liga so drei Punkte geholt, aber es hat nur der DFB-Pokal, also, ja, bestimmt zwei spektakuläre, ne, drei spektakuläre Spiele dabei und zwar Würzburg gegen Bielefeld wäre interessant gewesen, 3-2, ebenso Ingolstadt gegen Erzgebirge Aue, 3-2 und Dortmund 4-2 gegen Bremen war bestimmt geil, aber, ja, können wir leider nicht sehen und deswegen gehen wir jetzt einfach, äh, in, äh, unser Spiel rein, beziehungsweise, ich mach jetzt die Ausstellung, ja, ich mach die Ausstellung und, äh, werd eben mal ganz kurz, beziehungsweise, ich mach nicht die Ausstellung, vielleicht hab ich auch schon umgestellt, ne, hab ich noch nicht, alles klar, und zwar schreibt mir, nur so, ich mach das, was weiß ich nicht, ich mach das, oder, was weiß ich nicht, ich, ich versuche, dass wir mal 4-1-4-1-4-1-5 oder 4-5-1-4, die Ausstellung auf jeden Fall besser gefällt, als die 4-5-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-2-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-2-4-1-4-1-4-1-4-1-2-4-2-2-3-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4 DFB-Pokal, Runde Nummer 3 insgesamt, denn nächste Runde ist das Achtelfinale und wir spielen in die VfL Bochum in Bestbesetzung und das hat noch einen Grund, denn wir spielen da genau in einer Woche gegen Olympique Lyon, genau in derselben Ausstellung und wenn ich jetzt durchruziehen würde, müsste ich alles wieder komplett ändern, da wir halt noch am Wochenende gegen Wolfsburg spielen und ich das jetzt so beibehalten möchte. Wir gehen einfach ins Spiel, wir spielen von rechts nach links in schwarz und weiß gegen einen Zweitligisten, heißt aber nix, aber Tabata macht Druck von Anfang an und schießt den Lehrer an, also alles gut. Hector? Hector und Riemann, äh, und Riemann, Entschuldigung. Ich hab dieses I nicht gesehen, als mir der Name angezeigt wurde, ich weiß natürlich, dass da Riemann im Tor steht. Der Mann aus Sandhausen, den ich mir im, ich glaub im FIFA 15 war, dass ich sehr oft nach Duisburg geholt hab im EEP-Patch. Und ich dann irgendwann für über 15 Minuten oder so nach, nach, äh, St. Petersburg verkauft hab. Genau. Jetzt haben wir grad ein paar Ecken, Stendierer zum Zweiten. Geht auf Konaté, kommt nicht ganz an. Hector gewinnt den Ball, bei, wieder bei Konaté. Der flankt, auf der anderen Seite Seferovic und knapp drüber. Aber, schade. Stendierer setzt sich gegen Hukland durch. Stendierer mit der Flanke auf Richtung Sifirovic, die kommt aber nicht an, was sie ans klärt. Ecke Stendierer. Die geht Richtung Izzeti. 1 zu 0. Oh, das ist Tabata. Ne, es ist Konaté. Okay. Musa Kunaté, 1 zu 0, SGE im DFB-Pokal. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wer der Torschütze war und deswegen... Tut mir leid dafür, dass ich jetzt gerade... ...zwei Mal den Falschen geschätzt hab, der den Treffer gemacht hat. Aber, okay. Kann ja mal passieren, denke ich mal. Im Endeffekt ist es eigentlich egal, wer getroffen hat. Hauptsache, der ist... Der Spieler ist von uns. Und man merkt schon, ich bin eigentlich so sehr entspannt, weil der DFB-Pokal mich jetzt nicht wirklich interessiert. Wenn man, äh... Wenn die Liga mir wichtiger ist, beziehungsweise Outfit Champions League ist mir wichtiger. Und Mlapper mit dem ersten Schuss. Von Bochumer Seite aus. Ging aber dann, äh, doch, äh, recht weit am Tor vorbei. Und das war die erste Halbzeit. 1 zu 0, SGE. Ist in Ordnung. Ich finde, das Spiel ist eher ausgeglichen, denn beide haben jetzt nicht wirklich viel nach vorne getan, so. Also beide Mannschaften. Erster Torschütze. Zum 1 zu 0 per Kopf. Nach einer Ecke von Schneidera. Also Standards hilft da natürlich. Kloster mal gefoult. Und der bleibt am Boden liegen. Das ist auch echt lächerlich mittlerweile. Und Weiland. Radetzkis da und, äh... Parkiert. Holt eine Ecke raus. Und Mlapper müsste jetzt eigentlich gelb sehen. Ja, sicher auch. War eine relativ klare Gelbe. Wenn man sich da dieses Fahne mal anguckt. Ich meine, der Ball ist schon lange weg. Und dann kommt er halt einfach zu spät. Und, äh... Holt Abraham um. Tavata. Und in der Mitte ist Seferovic. 2 zu 0. Ich finde, das hat er sich jetzt hier schon verdient. Hat sich ja in den letzten zwei Wochen etwas verbessert, der gute Seferovic. In den letzten zwei Wochen mal drei Tore gemacht, immerhin. Doppelpack gegen Gladbach und jetzt gegen Bochum ein Tor. Und er darf auch von mir aus mal den Depp raushauen. Also, alles gut. 2 zu 0. So muss das laufen. Für uns ist es gut. Bin ja mal gespannt, wie wir in der nächsten Gruppe... Äh, in der nächsten Gruppe. In der nächsten Runde warten, falls wir weiterkommen sollten. Äh... Wer war das? Wir feiern Radetzky mit dem, äh... Mit der Parade und Pertl war's. Der Ex-Düßburger. Die kommt relativ gut. Der Ball springt dann nicht an die Hand. Nochmal Glück. Pertl. Stiepermann. Und Radetzky ist wieder da, also... Bochum wird stärker. Nur wir sind halt die effizientere Mannschaft, das kennt man ja irgendwoher. Stiepermann, äh... Wieder in der Ecke. Wurz, aber die ist ungefährlich für Radetzky. Und da hat sich jemand verletzt. Alter, warum? Das kann doch nicht sein. Und das ist Seferovic. Ne, das ist Stendera. Och Mann, das kann doch nicht sein, dass wir jedes Spiel mindestens einen Verletzten haben. Warum? Warum passiert das mal uns? Egal, ich wechsle mal generell hier ein bisschen aus und nehme mal... Äh... Ja, Gachi Dimension passt da schon irgendwie hin. Alter, es ist doch so bitter. Wow. Gray. Über die linke Seite. In der Mitte ist... Ha, Fabian! Riemann! Oh! Und Konati trifft den Pfosten. Und das war's. Wir sind eine Runde weiter. Gegen den Vorfeld-Bochum-Gewinn wie mit 2 zu 0. Und das ist, äh... Verdient, würde ich sagen. Obwohl eher ausgeglichen, weil Bochum in der zweiten Halbzeit vor allem... ...mehr Chancen hatte. Wir waren einfach... Ja, effizienter als die Bochumer, kann man sagen. Wir waren jetzt auch nicht so krass, aber... Immerhin haben wir gewonnen. Souverän. Mal gucken, was Stendera so sagt. Stendera fällt für vier Wochen aus. Also, das ist schon bitter. Ah, das ist bitter, das ist bitter. Der wird gegen... ...Lio wird er fehlen. Gegen Bayern wird er fehlen. Oh, das ist... Das ist böse. Ah, scheiße. Wir kriegen immer ein Preisgeld, 268.000, von dem Sieg her. Und die Scout-Berichte. Und habe ich noch einen Kommentar bekommen von Lortongo HD, der mir schreibt... Äh, schickt mal einen Jungs-Scout nach Portugal. Das werde ich dann wahrscheinlich auch machen. Nur aktuell ist es halt nicht möglich, wenn ich dann halt noch... ...das Scouting am Laufen habe. Daniel Mayer sieht übrigens sehr interessant aus so an sich. Ich glaube, den ziehe ich... Ah, den werde ich verpflichten, denke ich mal. Mit 15 Jahren, also... Ist okay. Der Rest ist nicht wirklich interessant. Dann gehen wir hier hin zum Khoaten, der hat's... Okay, schade. Sah anfangs irgendwie gut aus, der Draskovic, aber den Potenzial her ist einfach schlecht. Oh, er sieht so relativ interessant aus. Äh, tragen, äh, Tabak. Aber das Problem ist halt seine Gesamtstärke gerade. Die ist nicht gerade hoch. Dagegen sieht, äh, Jovanovic besser aus. Aber okay, wir gehen einfach weiter, guck mal, guck mal, guck mal, was der andere Namensväter von, äh, für Spieler hat's. Michael Graf sieht interessant aus. Und Niklas Kuhn sieht... Ja, okay, doch nicht. Das ist da... Ich guck immer so auf die Gesamtstärke aktuell und, äh, fällt mir halt immer sofort auf, wenn er so eine 62 hat. Also, der hat so einen Integer halt. Aber Potenzial ist halt nicht wirklich hoch. Und deswegen, nein. Jonas Meier sieht interessant aus. Wenn ich ehrlich bin. Also, ich denk mal, Michael Graf, werd ich... Mein 62... Also, äh, 64 bis 80 Potenzial ist gerade 17. Zwischen, äh, 49 und 61. Ich weiß ja nicht. Also, ganz ehrlich, wenn er wirklich bei, wenn er bei so einer 55 liegt, dann ist das schwach. Ich würd sagen, man kann, äh, wo war er? Wen wollte ich jetzt gerade nochmal nehmen? Michael Graf wollte ich nehmen, ne? Ich weiß ja nicht. Ich denk mal, Christian Meier ist da... Nein, Mann, das ist so blöd. Ich guck mal nur auf, ich guck mal nur auf die Gesamtstärke. Das ist schlecht, das soll ich nicht tun. Ich glaube, der wird so bei einer 48 sein. Äh, ich habe ehrlich gesagt gerade überhaupt keinen Plan. Ich find's Frank Krause besser. Ich glaub, ich hole mit Frank Krause. Ich ehrlich bin. Und... Äh... Ah, ich weiß wieder, wen ich meinst. Ich meinst Jonas Meier, den würd ich auch holen. Und dann, äh... Warte mal, Rechtsverteidiger. 1,90... Ach, ne, wir haben Dietrich 2.0, oder was? 1,90 Rechtsverteidiger. Kennen wir doch irgendwoher. Oder so diese Richtung halt. Ich weiß ja nicht. Also, ganz ehrlich, ich glaub, Graf ist raus. Denk ich mal. Nein, theoretisch können wir ihn aber sofort hochholen, wenn er... Obwohl, ganz ehrlich, wenn er... Der kann halt nicht schlechter als die 50 sein. Wisst ihr was? Ich nehme ihn trotzdem. Und dann nehme ich noch, äh... Tobias Böhm. So, das reicht jetzt mal. Und jetzt guck ich mal in die... In die Jugendmannschaft rein. Und dann bin ich ja mal gespannt, was so... Was so viele Leute da drin sind jetzt. So, Böhm hat ne 50. Okay. Jonas Meier hat ne 51. Der Frank Krause hat ne 49. Und... Wie mein ich? Graf. 51. Ja, okay. War nah dran. War nah dran. An, äh... Ich glaube, ich werde... Ich weiß grad nicht, was ich machen soll. Ich werde jetzt erst mal... Den Herbert Becker hochbringen wollen. Oder ja, doch. Kommt, Vertrag anbieten. Ich mein... Spielerforderung. Null Jahre... Null Jahre aber 500. Läuft bei dir. Äh, machen wir einfach mal keine Angabe. Mal gucken, was er sagt. Ich denke mal, das ist okay. Dann, äh... Würde ich mal behaupten, der Lang... Sascha Lang würde ich, glaube ich, auch mal hochziehen, oder? Ja, doch. Obwohl, ich bin mir grad nicht so sicher. Ich denke mal, ja, komm. Warum nicht? Machen wir auch mal keine Angabe. Mal gucken, was passiert. Und den Rest lasse ich mir erst mal unten. Und dann gehen wir weiter. Spieler ist aus. Gaudino wird gegen Bayern definitiv zurück sein. Das ist schön. Und wir spielen jetzt in den VfL Wolfsburg. Der ist... Wo genau? Auf Platz 16. Ja, wenn... Wenn die wirklich in so einer schlechten Verfassung sind, dann sollten wir das gewinnen können. Ich werde jetzt die Ausstellung machen, und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Bevor ich das vergesse, wir sind ja im DFB-Pokal weitergekommen. Ich wollte wissen, wer der Gegner von uns ist, der Nächste. Wir spielen gegen Bielefeld. Das ist auch machbar. Und ich wollte nochmal ganz kurz reingucken, wer denn so es verkackt hat, gegen einen leichten Gegner weiterzukommen. Also so... Überraschungen zum Beispiel. Es gab ja zum Beispiel schön das Hamburger Derby. Sag jetzt einfach mal dazu. Äh, St. Pauli hat 1-2 verloren gegen Hamburg. Also... Alles normal geblieben bei denen. Boah, Bayern hat Schalke 4-0 weggerauen. Alter. Oha. Das ist schon echt hart. Wenn man ehrlich ist. Ich sag heute echt sehr oft, dass... Wenn man ehrlich ist. Der Meister gewinnt gegen Wolfsburg. Also gute Vorzeichen für uns. Ich bin ja mal gespannt. Also es gab keine Überraschung, by the way. So wirklich. Guck mal einen ganz kurz weiter. Hamburg darf gegen Gladbach spielen. Braunschweig spielt gegen Köln. Dortmund gegen Bayern. Auch ein krasses Duell. Also Bayern hat echt schon harte Gegner bekommen jetzt. Schalke und dann Dortmund. Okay, wenn man Schalke harten Gegner nennen kann, dann... Okay. Ich meine 4-0 gewonnen. Ist schon eine... Ist schon eine krasse... Krasse Angelegenheit, so. Dann Kaiserslautern gegen Freiburg. So ein schönes, machbares Duell für Lautern. Also rein. So kann da überall was passieren, was... Sehr unerwartet ist. Dann Ingolstadt gegen... Ah, ich hab Leverkusen vergessen. Leverkusen spielt gegen Stuttgart. Dann Ingolstadt gegen Hoffenheim. Frankfurt, Bielefeld, wissen wir schon. Und Mainz gegen Darmstadt. Das ist, äh... Das Achtelfinale. Und jetzt gehen wir ins Spiel. Auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Das wird eine... Ja, die haben schon einen starken Kader wegen halt... Wegen VW halt. Und ein bisschen Geld, den sie bekommen von denen. Haben die schon einen starken Kader. Aber... Die können anscheinend nicht richtig zusammenspielen. Da fehlt das Team. Sozusagen. Und deswegen stehen sie auch auf Platz 16 nur. Und wir stehen, äh... Mit keiner Niederlage auf Platz 3. Also das ist schon... Stark. Dafür, dass wir sehr oft... Mehrere Spiele in der Woche haben. Also... Das ist schon stark. Muss man einfach mal so an dieser Stelle sagen. Und... Ja, ich möchte eigentlich nicht lang fackeln. Ich hab die Aufstellung mal ein bisschen umgeändert. Wir spielen wieder ein anderes System. Da... Wir nicht in der Zentrale so krasse Spiele... Also so viele Spiele haben. Also mir geht... Mir geht... Wir gehen langsam die Spiele in der Mitte aus. Also so... Mein Standerer ist verletzt. Gaudino ist noch angeschlagen. Ist schon wieder auf der Bank. Dann haben wir noch Mascarell, der verletzt ist. Und... Ja... Dann auf der Außenbahn fehlt ein Werbic. Und das... War's dann glaube ich auch. Aber ich glaube ich hab... Ne, ich hab keinen vergessen. Alles gut. Dann gehen wir auch ins Spiel. Wir von... Wir von rechts nach links. Schwarz-Weiß. Kennt man ja wohl. Bunyaki! Aber das Ziel ist da. Der hat da angestrittenen Schuss. Ich weiß nicht, wie soll der so komisch gehen. Aber okay. So, gut. Die Flagge kommt. GUT! Bunyaki! 1 zu 0! Starker Ballgewinn von Gacinovic. Der spielt weiter auf der Guter. Der fangt in die Mitte. Und dann ist Bunyaki da. Macht sein... Ja... Ich weiß jetzt nicht, ob er in der Realität schon mal getroffen hat. Für die Erste Mannschaft. Jedenfalls für uns macht er sein erstes Saisontor. Oder in der Fall sein erstes Tor. Stark! Hat sich jetzt nicht wirklich angedeutet, dieses 1 zu 0. Aber Bunyaki macht's. 1 zu 0 für die SGE. Läuft's. Bunyaki mit der Flanke auf Fabian! 2 zu 0! What the fuck? Das erinnert mich gerade sehr stark an Pablo de Blasas mit seinen Kopfballtoren. Mein Nähmann ist jetzt auch nicht gerade groß. Aber er setzt sich gegen Zoukanovic durch, denke ich mal. Und der ist halt schon riesig. Wenn man sich das so lang guckt. Und wir haben in dieser Folge nur... 4 Tore per Kopf gemacht. Und das waren nur 4 Tore, die wir geschossen haben. Also... Ja! Läuft gerade! 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Stark! Draxler und Osnitz. Regesser setzt sich durch. In der Mitte ist... Surgota! Schade! Wenn der jetzt auch per Kopf getroffen hätte, wäre er echt... Krank gewesen, wenn der wirklich reingegangen wäre. Aber den hat er echt nicht getroffen. Schade. Das war die erste Halbzeit. 2 zu 0 Führung. Solide. Fabian mit seinem 5. Saisonteil in 8 Spielen. Das ist also starke Leistung von ihm. Dafür, dass er... Ja, okay. Der spielt jetzt sehr oft um das Liga, weil er halt... Keine Ahnung. Notiert halt. Verdient, würde ich sagen. Diese Führung. Und Gustavo mit dem nächsten Abschluss. Kradetski ist da. Alles okay. Alles in Ordnung. war nicht wirklich gefährlich für uns. Jetzt heller. Auf der rechten Seite. Heller. Ball immer noch im Spiel. Da ist Fabian abgefälscht. Und Kastilz. Ist da alles in Ordnung für den VfL? Nicht noch eine schlimmere Niederlage. Ich meine... Mit der Mannschaft schon 3-0 hinten liegen fast. Das ist schon hart. Ich meine, Bochum hat mit der... A-Elf zu kämpfen gehabt. Also... Das war wesentlich jügiger für die. Au! Böses Foul. Trash... Legt Gacinovic. Gibt Gelb. Ist in Ordnung. Und willkommen zurück, Gianluca Gaudino. Ist gerade reingekommen für... Alter, wollte mich jetzt auf den Arm nehmen. Grey verletzt sich. Auch gut. What the fuck? Gerade eben eingewechselt. Und dann verletzt er sich sofort. Und jetzt gibt es erstmal Gelb für Gustavo. Zurecht. Die knüppeln uns hier alle kaputt. Was soll das? Ich finde, der Schicke sollte man härter durchgreifen. Arnold. Bakambu. Foul von Dietrich. Gibt aber keine Karte. Also... Wir sammeln nicht die Gelben. Sondern die Gegner. Ich glaube, bis jetzt noch keine Gelbe bekommen. Das ist auch eine gefährliche Position. Gustavo. Oder Blazikowski. Gustavo macht es nicht. Denn... Blazikowski legt ab. Flachschuss. Klammertor vorbei. Arnold. So, jetzt mal. Grey über die gleiche Seite. Grey mit der Flanke auf. Bunyaki. Doppelpack. 3-0. 3-0. Den Depp hat er sich auf jeden Fall auch verdient. Und jetzt gibt es die Pfiffe von den Fans. Wenn man sie auch Fans nennen darf. Und nicht Mitarbeiter. Ich finde es, wenn man mit so einem Kader auf Platz 16 steht, ist man... Das ist echt schlimm. Alter. Doppelpack. Doppelpack Bunyaki. Doppelpack Bunyaki. 84. Minute. 3-0. Frankfurt. Das wird nicht der höchste Sieg, weil wir gegen Hoffenheim eben so hoch gewonnen haben. Das schon nach der Halbzeit so hochgeführt haben. Also Bunyaki hat sich echt Man of the Match heute verdient, würde ich behaupten. Ja, das war's. Boah, ein Five-Konzert, wie man sich... Alter. Das gehört sich auf jeden Fall. Diese Pfiffe sind definitiv verdient für diese Leistung. 3-0. Auf die Fresse bekommen vom... vom drittplatzierten der Liga. Also das ist schon hart. Mit so einem Kader. So. Nächstes Spiel ist gegen Olympique Lyon. Was wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Unsere Ziele sind gefährdet. Was sind denn für Ziele? Das Stärken unserer Marke. Also mal wieder die Markenpräsenz. Nicht den so, wie ich das heute gerne. Oder... Ne. Moment, ich sag's einfach nochmal neu. Die Markenpräsenz ist so das Vorstandsziel. Und ich denk mal eher weniger daran. Vor allem, was kann ich dafür, wenn ich... Aus der letzten Saison immer noch dieses verpflichtende einen wichtigen Spieler für die Mannschaftsposition Stürmer nicht machen kann. Wenn, äh... Das schon in der ersten Saison der Fall war. Und ich das nicht gemacht habe. Versteh ich nicht. Jedenfalls sollten die mich nicht rausschmeißen, weil ich gerade sehr... Viel für den Vereinen tue, dass es richtig ist. Ich mein, wir sind mit dem DFB-Pokal weitergekommen. Wir stehen in der Bundesliga-Tabelle wahrscheinlich auf Platz 3. Obwohl... Ich gesehen habe, dass Dortmund und Bayern, die vor uns stehen, unentschieden gespielt haben. Also es kann durchaus sein, dass wir vor denen sind. Gucken wir doch mal rein. Ich sagte, guck mir doch mal rein. Und wir sind Erster. Ich sag das doch gerade. Wir sind Erster, weil Dortmund und Bayern separat 2-2 gespielt haben. Und Borussia kassiert die neunte Niederlage in Folge. Wir sind einfach Erster, lol. Läuft's. Ich mein, was will der Vorschlag jetzt von mir? Ich hab da alles richtig gemacht, find ich. Äh, wir trainieren genauso weiter, würde ich sagen. Sieht okay aus. Gachimus wollte ich das sowieso verbessern, war ja der Vorschlag von euch. Zumindest war einfach... Ich hab mich einfach so... Es kamen Kommentare rein und ich hab den einfach übernommen, weil ich das gut fand. Und ich Gachimus sowieso ein bisschen verbessern wollte. So, gehen wir noch weiter. Beide Jugendspieler akzeptieren den Vertrag. Das ist doch genau das, was wir wollten. Ich denk mal, von mich der Graf verabschieden wir uns wieder. 72 Potential ist nix. Der Rest bleibt hier, weil der Potential alles okay ist. Ich muss hier halt nur trainieren, wenn ich da mal irgendwie zukomme. meinen Bäcker werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr trainieren, erst mal. Denn, äh, er ist ja jetzt in der Armmarschaft. Das passt dann so. Und... Wir gucken mal eben ganz kurz rein, ob das so richtig ist. Bäcker ist dabei und Lang ist dabei. Die werde ich dann wahrscheinlich im Winter beide verleihen. Beziehungsweise, ich glaub, ich werde Sascha Lang verleihen und, äh, den Bäcker behalte ich einfach. Nein, der müsste ja hier unten okay sein. Ja. Ja, vielleicht verleihe ich ihn auch mal. Gucken, was passiert. Jedenfalls war's das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Macht's gut heute rein und ciao.